hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von one in the chamber wir spielen wild wild west 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 und es ist meine gehörsteste map überhaupt sagt man es überhaupt so gehörsteste map keine ahnung na guten tag also fährt die nerf grad extrem ja deswegen habe ich auch gemutet weil in der map habe ich wirklich noch nie gewonnen und ich habe macht ja einfach nur in der map ist irgendwie meine motivation runter aber richtig ich meine in anderen maps ich treffe also ich bin jetzt nicht so der totale noob aber ich treffe wenigstens paar mal und hier einfach so übelst der mann nein das von parzern 24 also okay das ist mit meinem imaginären freund der system mehr mit dem typen der mich gerade gekillt hat georg lock ihn zu mir oder ich bin halt hinter dir alter alter na alter äh lol konnte ich gerade nicht schlagen aus irgendeinem grund na pff na das kann ich also soll ich dich schon wohllosen ne wir machen alle gegen alle na pff mann scheiß zurückgelegge oh mann ja ich werde dann noch zurückgebackt ich weiß nicht warum ja alter was ist los was mann alter ich sollte wild wild west niemals wieder aufnehmen ich hasse den maps machst du ja nicht ja mach ich auch nicht musst du ja nicht ob ich einfach nicht treffe ja tötet mich genau ja die hat mich sonst getötet die hat mich sonst getötet deshalb war gut dass du mich gekillt hast wenigstens okay jetzt läuft es ein bisschen ein bisschen war krass so dreh dich um nein mach ich nicht dreh dich um dreh dich um ah hinter mir ist doch keiner ah alter ah ah mann scheißberg alter na ich steck fest aua ich muss glaube ich meine sichtweite mal ein bisschen ne sichtweite wie ich einfach daneben schieße wie ich einfach daneben schieße einfach so ja wie du es einfach nicht kannst also das ist echt extrem na alter mann boah ey da kommt schon wieder der erste bauer von der seite angekrochen ey oh god ich hab's hier nicht dazu ne äh mich beleidigen in der aufnahme das ist gar nicht gut ferdi halt dein maul ich hör den ja gar nicht naja zum glück ey die aufnahme könntest du gleich in den müll schmeißen das mach ich sowieso vielleicht weil ich hasse die map und ich bin grad irgendwie ein bisschen gereizt ja nur weil ich wieder am gewinnen bin ja ja weil ich seh als erstes ich bin immer zweiter wenn du mitspielst bin ich immer zweiter ich bin nicht mehr müll ja mann mann der typ bleibt nicht stehen ja alter der fliegt ja erstmal durch die welt das bringt bei one shipper gar nichts weg zu laufen einfach muss ich in den himmel schießen damit ich den treffe ey der leckt sich ein zusammen alter das rennt der ernst die ganze zeit vor mir weg ey nein ich war lange pass auf ach dreck ich hab eh gewonnen gg achso ich hab nicht gewonnen hohohoho und ich hab nicht gewonnen und ich hab nicht gewonnen ich bin echt krass ey ja 1500 tokens nochmal neun los drin ja würd ich sagen äh bis zur nächsten folge one in the chamber ich häng jetzt noch einfach eine dran bis gleich hallo und herzlich willkommen zur der nächsten runde one in the chamber die jetzt direkt daran gehangen ist glaube ich ja ich glaub schon jip jip und es geht schon los ferdi ist nicht mehr gemutet wow wir spielen übrigens immer noch mit box story und fließ mal ferdi auch oh gott ey tut mir leid ferdi ey die ist nicht mehr gemutet was ist da los nein mehr rettich ist kein instrument oh auf jeden Fall abgehe wer hat da schon mehr keelser sich wie kann der nur ey ja vor allem so schnell na ach also ich werde immer zurückgepackt und dann treffe ich den nicht das hasse ich so ey oh so ein bastard na nicht genau gesehen im sprung kann man nicht alter wie man hier unter dauerbeschuss steht lol ich kann nicht sprung oh gott der hat einen richtigen recheck äh hallo was war das gerade was na die runde ist nix aber so richtig nix ey das kann sich ja noch bessern ne ach nein dieser gcash alter letztes leben vergiss es ich glaub die nehm ich nicht rein dieser gcash alter vergiss es ok ihr könnt doch vier runden werden weil ich bin schon tot aua aua alter das war ja nix aber richtig also dieser gcash meinsame vier leben alter der ist richtig hacker ok würde ich sagen ich hing noch ein zwei runden dran nein ich spiel doch noch und ja bis gleich ok und es geht weiter mit one in the chamber ich hab jetzt beschlossen alle maps mal durch zu gehen also candyland also alle vier maps die es zurzeit gibt also zurzeit in candy alter das fängt schon wieder super an ich könnte schon wieder ausrasten das war ich ja ja danke es tut mir echt leid aber es ist einfach nötig ich hab's einfach es ist einfach zu spät am abend abends reg' ich mich immer mehr auf als am tag am tag bleib' ich bei jedem kill gelassen egal wie ich sterbe auch wenn es ungefähr 6 kills aber ne jetzt abends werde ich aggro ja sieben 8 hundertprozentig Hacker wie mich so hart getroffen hast gerade ne das war un wieviel hab ich denn Leute ich bin dritter nur so cool nicht mein Kind nein nein ich hatte zwei Pfanne oh 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 Gott diese Menschen die sich kein Internet leisten können und sich das zusammenlegen ey das sind die schlimmsten oh Gott oh Gott na von der Seite ok wo bin ich denn stop 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 warte jetzt mach ich ein flyer fly attack aber richtig wo ist der Name ich hab den neben geschossen ah geht doch von der oben gar nicht warte mal ich will im sprung schießen na na profsern mit seinem 12 g und seiner ist auch mal ab nochmal 13 ja es wird eh nicht boah noch zwei Minuten ja ich könnte nur einen Rekord aufstellen aber du fällst ne du basta du schießt mich nicht ab ne nein mein Herz oh da kommt der das war doch nicht mein ich ey das war doch nicht mein ich ey Mann was rennt ey die rennen einfach entlang weg na äh hallo komm her na pfff ja schön schön ich raste aus na komm hoch das ich will mal echt wissen wie man so am normal hacken kann wie Poxer ey wirklich die Hacks will ich auch haben deine boah ja eben in der Aufnahme in meiner Aufnahme sieht man es so richtig geil so irgendwie über 10 Blöcke schlägt er mich erst 18 kills 18 18 komm 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 los gehts ich war schon hinter dem oh shit ich glaub ich bin immer noch dritter was soll denn das alter ja sicher wow 21 du reachhacker ich sag gleich Poxer Kombo Kombo ja sag mal in der Aufnahme ist es gut das ist wirklich asozial nein wie hab ich dich nicht getroffen oh wie hast du das einzig überhört na fuck ey komm jetzt renne ich weg nein 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 oh Gott das nervt mich so ich müsste Blockhitten im Jahr also das ist überhaupt kommentikalisch korrekt scheiße komm 22 22 ich muss nur den Rekord aufstellen dann haben wir sogar per Aufnahme Bam 23 24 Alter fuck it 25 oh man scheiße das war mein letztes Leben es lebt nur noch zack zack wo ist er wo ist er es ist ein Poxer wie hier wo ist er er rasselt aus er rasselt aus ich sehe das nicht ja stimmt wo ist er auch noch ein Screenshot machen da ist er da hinten ist er er versucht einen Longshot nein 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 spiel's vorbei fuck 23 25 nur naja New Record ok da würde ich sagen das war's mit dieser obwohl ne ein Spiel kommt noch also würde ich sagen bis gleich New Record so und es geht zur letzten Runde in Ort ähm das ist übrigens meine Lieblingsmap in One of the Chamber ja das stimmt ja ich finde die allgemein ja das ist meine zweitlieblings und dann kommt es kommt da ein Portal meine ist Gangland ja ich versplatt oh wir einfach aua wir einfach aua aua mann nein geh weg ich geh ja schon auf ne anderns ja hab ich doch ich hätte sie sonst was ich es noch nicht verschaffen würde naja alter da ist einer vor dem aber der schießt auf mich wo ich irgendwie zehn Kilometer hinten im Balde bin im Balde ja im Balde uch was für den Checker der Frosch ist ein Rechecker der Frosch ja na Frosch hör mal diese Frosche ey wie ich denn einfach NEIN ok wie wurde der Scheiße man hört sich auf deine Tassatur schlägst erstmal ach mann wie konnt ich den verschießen alter ich sterbe am laufenden Band ey die Runde ist Dreck einfach nur ah nein der Frosch ist bei mir auf auf jeden Fall auf jeden Fall ich wollte Gegenteil sagen ich schieß bei dem Typ in Wasser ich schieß bei dem Typ im Wasser an der Deme es geht es geht nicht es geht nicht es kann nicht machen gewonnen gewinnen ich bin schon wieder tot ich hab noch ein Leben das ist unglaublich da sind zehn Leute im Wasser nicht treffen oh alter der schieß einfach mal so random um die Ecke der trifft mich genau yeah Giovanni Moe aber Knochen gebrochen egal jetzt was weiter gemacht hier wird nicht gefaulenzt oh alter ja alter ich stand zehn Kilometer weg ey das war jetzt Zufall ich bin tot alter alter das war ein Zufall alter das musst du in der Aufnahme angucken ey das ist krass gerade du musst dir meine Kills in der Aufnahme angucken ey die ich nicht habe ja mhm mhm alter hör auf wer schlägt doch denn ich mach immer die meisten Kills in keinen wo ich nicht aufnehme das ist immer scheiße na och und ich war dritter und bin tot ok würd ich sagen das war's mit dieser Gesamtaufnahme von One in the Chamber und äh würd ich sagen yippie tschau scheitbau scheit alter es wird echt spät schaut bei Boxstory und Ferdi nee Ferdi hat gar kein Channel oder? nee Ferdi hat kein Kanal schaut da nicht vorbei bloß schaut bei Boxstory vorbei ja 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 ja